Hallo Leute, Willkommen zurück bei REELM! Okay, was mach ich für einen Scheiß? Aber vor allen Dingen, Willkommen zurück, ich bin wieder in REELM! Und das erste was ich sagen muss, ähm, ich hab jetzt noch mal ein X gemacht. Gestern, ähm, ich glaub ich mach mal, ja doch, gestern kam Cryo 4, der erste Part wieder. Ich hab das, ähm, damals ja schon gespielt, aber ich spiel's jetzt wieder mit Facecam. Boah, ey, ich hab das Spiel ja schon länger nicht gespielt, das war jetzt ein Jahr wieder her. So ziemlich, ja, ein Jahr so ungefähr. Und, pff, ey, wieder erschrocken, 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 nur Jumpscare sind gestorben. Also gebt euch das auf jeden Fall, als erstes, wirklich, richtig genial. Dann, ähm, Ding. Ähm, ja, keine Ahnung. Freut mich, dass ich wieder im Spiel und wieder da bin und ich will jetzt auch wieder Videos bringen, mehr. Und ich versuch jetzt vielleicht sogar täglich immer zu ernst zu machen. Ach, fack, ich mach' den falschen Zerner. Ähm, 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 also. Auf jeden Fall, als erstes, nicht wundern, wenn ich komplett irgendwie fertig aussehe, beziehungsweise verschwitzt aussehe oder sonst was. Das lag daran, dass ich hier grad trainiert hab und... Oh. Jetzt bin ich ein bisschen kaputt. Aber ich dachte mir so, weil ich wollte eigentlich jetzt pennen gehen. Und jetzt spawnen Lord. Das ist ein Witz. Ach Gott. Na ja, vielleicht hab' ich Glück und der ist irgendwas in meiner Nähe. Das sind nicht viele Level 20er. Das ist gar keine. Ich seh' den alle nicht. Das ist natürlich praktisch, außer der eine da. Seh'n die den? So die zwei. Hm, wenn ich Glück hab', könnt's sogar als erstes ankommen. Ne, Huntress geht da nicht hin. Du willst ja nicht. Ähm, aber auf jeden Fall, was ich kommen wollte, halt nicht wundern. Und deswegen, dann als nächstes, will ich aufs Thema, also ein ganz wichtiges Thema, worauf mich viele, viele Fragen und ich hoffe, das geht dann auch genauso gut ab, soweit ich anfange damit. Und zwar, äh, wann ich wieder mal einen Livestream mach' oder ob ich wieder stream. Und ja. Und ja. Ich hab' da richtig Bock drauf. Weil, seitdem mein Bruder wieder angefangen hat und so weiter. und sagt, wie geil das ist und dass man halt so gut mit seinen, äh, sozusagen mit seinen Fans und so weiter reden kann. Weil, so, wenn ich jetzt ein Video mach' und jetzt irgendwas frag', dann könnt ihr mir das ja erst beantworten, bis ihr das Video gesehen habt. Logisch. Ähm, aber wenn man streamt und ich jetzt zum Beispiel frag', was soll ich machen? Dann sagt ihr mir direkt so, ja, mach das und das und dann mach' ich das. Weil ich grad Lust und Laune hab'. Deswegen, das ist ganz geil. Und dann halt auch andere, das ist halt alles gute Sachen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir auch donaten, weil ich werd mir jetzt dann, äh, langsam mal wahrscheinlich ein Paypal-Konto einrichten. Und dann, wenn ihr irgendwie Paypal habt und ein Euro übrig und ihr halt Bock mir zu donaten, dann könnt ihr das gerne machen. Ich zwinge natürlich keinen dazu, das wär' jetzt nicht verantwortungsbewusst von mir, sagen wir so. Warte mal, muss ich kurz schreiben. Hey! Hey! Ähm, aber halt, so, also mir macht Streaming selber Spaß. Das Problem ist, ich musste grad, also ich muss eigentlich jetzt fast jeden Tag auf meine kleine Schwester aufpassen und so weiter. Und, ja, ich hab' auf jeden Fall keinen Damage gemacht. Spiel, danke. Ähm, ich will, ich will keinen Damage mehr machen. Ich glaub', das ist das Beste, was ich jetzt machen kann. Einfach gar keinen Damage machen. Ich glaub', dann krieg' ich was. Weißt du, der kommt ja an nach drei Jahren. Er ist ein Knight, okay. Ich frag' gar nicht das nach. Es ist ein Knight. So. Logisch. Die Typen kriegen eben immer was. Ähm. Aber mir wird's selber wieder richtig bocken. Ich hab' da richtig Bock drauf. Jaja, ich weiß, ja. Und das ist noch ein Hacker, weil er weiß, dass ich Speed hab. Du Mieser. Egal. Aber nicht aufregen. So, das, das pisst einfach mal an. Aber gut. Nicht, oder wenn ich überall die Nase hochziehe oder Hust, hab' ich gestern schon viel Pause erwähnt. Ich hab' eine leicht, leichte Erkältung am, am Laufen, aber... Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Also, vor ein paar Tagen war's richtig schlimm. Ich weiß auch nicht, wieso, aber ich bin bald mal im Husten gestorben. So, so kam's ja auf jeden Fall vorher. Das war nicht witzig. Keine Ahnung. Aber jetzt hat's wieder aufgehört und ist ganz gut. Oder halt aufgehört, komplett nicht, aber... A bissl. Bissl mehr und deswegen... Jetzt geht's mir wieder am Arsch vorbei. Aber halt, auf jeden Fall, ähm, werde ich... Jetzt, warte mal, was ist heute? Ich mach's schon schon. Mittwoch schon wieder? Was? Wir sind mit... Ach. Ach... Ach Gott, ich... Ich hasse das. Immer wenn ich so... So, ich bin... Von so jetzt... So, wenn ich bis 0 Uhr wach bin. Und dann guck, welcher Tag ist. Und dann steht da... Jetzt zum Beispiel, es war gestern Dienstag. Aber ich dachte, heute ist immer noch Dienst. Oder beziehungsweise... Ich dachte jetzt, weil ich es auf Mittwoch gesehen hab', dachte ich, heute ist Mittwoch und jetzt wird Donnerstag. Das ist... Das ist... Ich bin immer so doof. Und jetzt dachte ich grad, ich hab grad nen Herzinfarkt gekriegt, Alter. Also, ich hab mich einfach nur übelst erschrocken grad, weil... Das ist... Das hätt ich nicht... Das... Ich hätt's nicht ausgehalten, ne. Ich brauch noch mal die Tage Ferien. Ähm... Ich guck mal. Wird auf jeden Fall... Also, ich denk so abends. Weil abends hab ich meistens immer Ruhe. Meistens. Joah. Abends ist auch jeder da. Egal wie. Okay. Bombe. Hermites. Ich weiß auch noch welcher Server. Mais glad. Das ist noch mal ne Sache, ey. Cyclips... Das. Aber halt. Also mir bockt das auf jeden Fall und ich hab doch dann richtig Bock das zu machen Danke Bommel und schaudert an dich Tschö Nein Das ja Ich will eigentlich nicht weiterreden, aber ich muss mich ganz kurz konzentrieren, weil ich würde es nicht verpassen. Ist das ein Rooge? Ne. Warte mal, okay, da unten ist dann der Weg, wenn der jetzt, ja, der geht so außenrum und dann ist er da, ja. Okay, dann schon mal darauf achten, dass der Typ dann da ist. Ach, fuck off, ne, 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 ne. Ich hasse den Rooge jetzt schon. Ich schwöre, in dem Spiel kann man nichts mehr kriegen. Es ist einfach nur pur... Hast du keinen Warrior or Night? Bist du einfach komplett am Arsch. Du bist am Arsch. Am Arsch. Bist du am Arsch. Kannst du schon nichts machen? Scheiße. So... Du machst keinen Damage bei den Bossen, weil einfach alles zu schnell tot ist. Und solange du kein Knight oder Warrior bist, wirst du auch nichts weiter reinkriegen als... Vielleicht 2000. Wenn's hochkommt. So. Wartet mal. Ich wollte euch das nochmal ersparen, dass ihr nicht bald sterbt. Ähm... An meinen Gehustern. Und sich euch, dass die ganze Zeit die Orden wegbombt. Crystal... Crystal... Ne... Crystal... Crystal... Syk... Ionor... So... Ähm... Was wollte ich denn gerade? Keine Ahnung. Scheiß drauf. Ähm... Auf jeden Fall das mit dem Twitch. Hab ich auf jeden Fall Bock. Werde ich auf jeden Fall machen. Ich mach dazu ein Ankündigungsvideo wahrscheinlich zwei, drei Tage vor. Also vielleicht noch... Also... Heute ist Mittwoch. Also wahrscheinlich heute... Abends rum. Dann... 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 Ja... Dann weiß ich wahrscheinlich, ob ich irgendwie jetzt zum Beispiel Donnerstag oder Freitag... Freitag... Würde ich sagen. Wenn Freitag nichts ist. Abends. Also ihr seht's ja, wenn ich ein Ankündigungsvideo heute mach. Am Mittwoch. Sozusagen. Mein Gott, das ist doch verwirrend. Dann... Ähm... Ja... Freitag. Freitag. Samstag, Sonntag. Auf jeden Fall Wochenende oder Freitag. Also die drei Tage auf jeden Fall. Würde ich... Einen Tag... Was machen. Und... Tja. Das weiß ich selber nicht. Scheiß Crystal kriegen wir nicht down, weil diese ganzen Horsts sich nicht teleportieren. Junge. Da ist ein Crystal. Die Reste waren eigentlich alle raus, weil er da ist. Und jetzt... Was ist das? Ah, cool. Ist doch nicht mehr so. Was ist das? Oh, shit. Der Dodger ist doch... Okay. Jetzt halt ich die Fresse. Man sieht einfach, dass hier fast keine Hacker da sind. Das ist lobenswert. Finde ich. Weil das Viech kriegt jetzt nicht den anormalen Damage des Todes und stirbt wieder instinktiv. Wie es eigentlich immer macht. So, den mach ich mal schnell fertig. Und dann hier einfach rein und drauf da. Ich kenn ja nix. Sehr schön. Ich hab auf jeden Fall mein Damage drin, aber wahrscheinlich krieg ich ja nix, weil ich Damage gemacht hab. Obacht. Ich hab ein Damage gemacht. Jetzt darf ich nichts kriegen. Das ist irgendwie immer so die Logik. Aber gut. Ich versteh's selber nicht und will's nicht verstehen. Ich glaub, da ist mein Brain zuzutun. Das wär too much for my brain. So. Was kann ich denn noch reden? Also auf jeden Fall nochmal den Cryo 4 Part abchecken. Ich hoff, euch gefällt das. Weil mir bockt das. Blau, sehr schön. Mir bockt das und ich hoff, euch bockt's auch. Und vor allem bockt's euch wahrscheinlich, mich leidend zu sehen. Ne, Bommel behalt den. Den brauch ich nicht. Passt. Schön. Ich erinnere mich nicht. Oder der neue Tag. Oder whatever. Aber auf jeden Fall nicht die Zeitung. So. Über was kann man denn reden? Zum Beispiel. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ähm. TP. Ah, nice. Keine Ahnung. Mir fällt überhaupt nichts ein. Überhaupt nichts. So. Keine Ahnung. Mein Desktop. Der war geil drauf, wa? Weil... Weil... Ich hab... Einen Desktop, warte mal. Da. Und ein da. Da ist auf meine Cam. Weißt du so. Zwei Desktops. So. Und... Und... Auf jeden Fall. Hat... Mein linker Desktop. Ich weiß nicht wieso. Also da... Irgendwas am Kabel. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht was. Aber auf jeden Fall irgendwas am Kabel hat nicht gestimmt. Und... Oder war nicht richtig drin auf jeden Fall. Und ich zieh mein Fenster von OBS rüber. Weil ich hab das immer offen. Damit ich seh, falls irgendwas ist. Oder so. Falls... Keine Ahnung. Dann weiß ich was was... Falls was ist. Guck ich da hin. Ist lila. Ne. Ne. Turkis. So türkise Farbton. Ich denk mir so. Otafuk. Also was was los? Bist du mich verarschen? So. Ich war wirklich verwirrt. Dann dachte ich mir so. Was machst du jetzt? Jetzt bist du am Überlegen. Ich natürlich. Das erste was ich mach. So. Erstmal googeln. So. Keine Ahnung. Das war meine erste... Erste... Erste Conclusion. Googeln gehen. Okay. So. Da war dann nichts. Also da hab ich dann gelesen. Bisschen am Kabel rütteln. Das ist ja so Standardding. Was man macht. Ich rüttel am Kabel wie so ein Wahnsicher. Ist halt lila geworden. Dann... Dann war bei mir Ende. Dann... Dann wusste er selbst mal Kopf nicht mehr weiter. Dann war er lila. Und dann dachte ich mir so. Rüttelst du weiter. Wenn er schon lila werden kann. Kann er auch wieder normal werden. Rüttel dich weiter. Ist ja normal. Ich denk mir nur so. Einfach nichts mehr anfassen. Leute. Das sah echt geil aus. Das sah wirklich geil aus. Lila. Blau. Als ob ich den Zusammenschlagen würde hier in den Desktop. Aber so. Keine Ahnung. Tue ich ja nicht. Bin ja nicht wahnsinnig. Aber so. Keine Ahnung. War genial. War auf jeden Fall sehr genial. Ich muss mich wirklich ablachen. Weil... Keine Ahnung. So. Das passiert auch nicht oft. Wenn... So. Ist ja random. Weil ich hab... Ich hab nichts gemacht an dem Desktop. Oder halt vor allem auch schon Kabel. Ich hab da hinten nichts gemacht. Ich hab nur mein Headset eingestellt. Und da komm ich nicht wirklich in die Nähe von dem Ding. Da hab ich trainiert. Da bin ich zurückgekommen. Dann war das Ding... Tokis. Und dann Lila. Und dann wusste ich auch nicht mehr. Aber war geil. War auf jeden Fall mal wieder besitzig. Das ist mir auch noch nicht passiert. Und... Ähm... Auch noch... Mal... Weil jetzt hab ich ja Cryo 4. Werde ich jetzt weiterhin bringen. Und ich hab Bock noch ein Let's Play zu machen. Das Spiel muss ich mir erstmal holen. Aber ich hab da richtig Bock drauf. Also wirklich richtig Bock. Und... Ich hoffe das wird euch auch gefallen. Weil es ist ein Spiel, was ich... Also was ich extrem cool find. Story ist super. Es ist actionreich. Es ist... Halt alles. Also so... Das wird geil. Würde ich mal sagen. Freu ich euch drauf. Weil Cryo 4 bockt mir halt. Wirklich. Es ist ein super Horror-Spiel. Und ich werde mich oft genug erschrecken. Und wahrscheinlich oft genug mir in die Hosen scheißen. Wie ich mich kenn. Und... Aber trotzdem spiel ich das, weil ich einfach geil find. Äh... Ja. Aber das Spiel, was ich Let's Playen will, das wird cool. Also das... Ich find die Story da auch. Hat wieder einiges geiles. Ba-bam-ba-bam. Bum. Bum-ba-bum-bum. Ah, komm. Ich probier mal noch ein Event hier und sie... ... auszukriegen aus dem Event. Dass wir noch eins machen. Was mach ich? Was kann ich denn noch reden? Ich glaub, ich hab den Ninja noch nie gesehen. Ich hab jetzt ein 7, 8 Ninja. Ich hab einen Sorcerer. Ich weiß nicht, wie viel 8. Aber... Ich glaub fast 5, 8 oder so. Ich weiß es grad nicht aus dem Kopf. Mein Parler 6, 8. Und halt noch mein Archer. Der standardweise einfach da ist. Fack, genau. Ich schwör. Dieser... Ich schwör wohl. Der scheiß Schnupf in den Haemel auf den Sack. Das ist so richtig behindert, wa? Wenn man trainiert... ... und dann die Nase zu ist, dann kann man nicht richtig durch die Nase atmen. Das zerstört mich komplett. Ich kann überhaupt nicht richtig atmen, das nervt total. Vor allem dann durch den Husten auch noch und alles dann... Ja... ... Atmen komplett gefickt. Schau mal Arsch, ja. Wieso? Soll ich mal einen ganz super Trick zeigen? Warte, ich zeig den Trick. Hallo, wie geht's aus? Oh Gott. Das tut mir den Augen weh. Aber ich find's besser wie hier. Wahrscheinlich bleibt mir das irgendjemand noch, weil ich so doof bin, was die ganze Zeit mach. Und bleibt mir das und dann guck ich die ganze Zeit irgendjemand so nach... ... was weiß ich wohin. Sieht da ein bisschen freaky freaky aus. Wird auch geil. Da bin ich immer noch... Da bin ich lieber Captain. Da bin ich noch Käpt'n ein Auge. Und was kann ich noch sagen. Das ist ein 90-Minuten-Part. Mach ich noch ein bisschen. Ihr könntet mir ja mal schreiben, wie ihr das... Also, wie ihr das Q&A fandet. Weil... Wenn... Also, ich denk mal, die meisten fanden eigentlich gut. Und... Wenn ihr Bock auf noch eins habt, dann mach ich dazu ein Video wieder. So ein sozusagen Frage-Video, wo ihr mir nur Fragen runterschreibt. Und... Und... Oder vielleicht das 500-Abo-Special nochmal. Und dann halt wieder vielleicht irgendeinem mit wem aus meiner Klasse oder so, wenn sie Bock haben. Vielleicht noch mehr. Was weiß ich. Also... So, da hätte ich selber wieder Bock drauf. Weil es hat mir damals Laune gemacht mit dem Richard. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Also... Also... Und mir hat es auf jeden Fall gebockt. So... Boah, ich schwe... Wieso sag ich das die ganze Zeit? Ich halt gleich mal... Ne, das kann ich nicht. Ich nehm ein Video auf. Kann ich nicht mein Maul halten. Nur mach nicht mal, wenn ich mich konzentrieren muss. Dann muss ich dann mein Maul halten. Ähm... Ich bin... Also... Heute, Alter, war wieder so ein richtiger... Bei mir so ein richtiger Musik-Tag heute. Da bin... Ich bin heute wieder richtig drauf, ja. Ich höre die ganze Zeit Musik fast. Jetzt halt grad nicht, aber ich... Also... Ich füge da halt nur wieder Musik ein. Aber ich werde während des Grendans dann wieder ein bisschen... Chillen und ein bisschen Musik hören. Die ganze Zeit schon. Was habe ich heute noch so einen Tag gemacht? Ich habe gegammelt. Gezockt. Das war's. Ich habe gegessen. Und getrun. Jetzt habe ich grad nichts zu trinken. Und es geht mir grad ein bisschen auf den Sack. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich labern soll. Weil langsam ist mir irgendwie zu blöd, über mein soziales Leben zu labern. Aber das, was ich tue. Und das ist nicht viel. Oh. Also, da haben wir leichtes Problem. Mein Gott. Ich habe jetzt so ein Orvo. Das ist kranke Scheiße. Das ist so heftig. So, weil ich ein Lied kenne. Da muss man bei mir wirklich nur einen, so wie so einen Ton machen von dem Lied. Und dann habe ich so einen Kopf und dann bleibt es sauer. Und dann, 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 dann ist es bei mir richtig heftig. Na ja. Also, genug vom Gott lehnen. Genug vom Hin und her rennen. Genug vom Langweilen. Ähm, jetzt gehe ich langsam. 21-minütiges Video. Und ich muss ja auch irgendwie so mal schlafen gehen. Weil schon wieder in der Uhr noch irgendwas. Und ich muss morgen noch früh aufstehen. Und dann bin ich komplett am Arsch. Weil immer so... Ich sehe auch immer wie so eine Leiche aus. Früh ist immer so... Erstmal Haare irgendswie. Dann hier hinten immer so tsch 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 tsch. Wahrscheinlich, ob das jetzt alles gehört zu vom Händen. So, und dann erstmal runter. Und dann... Erstmal schieben, Katz machen. Na ja, alles wegbringen. Geiler Tagesablauf. Und dann so. BIM. Mehr habe ich eigentlich noch nicht zu tun. Aber auf jeden Fall würde mich freuen, wenn ihr Liked und so weiter und so fort. Nicht abonnieren vergessen. Und schaut bitte wirklich das Square 4 Let's Play an. Weil, ähm... Mir bockt es. Und euch wird es wahrscheinlich bestimmt auch bocken. Vielleicht haben wir jetzt... Also, weil es noch auch ein Spiel ist. Also, ich sage jetzt nicht, dass es sein muss. Aber vielleicht haben wir ein paar Schiss davor selber. Das verstehe ich auch vollkommen. Weil ich habe selber Schiss davor. Ein bisschen. Aber ich finde es witzig. Wenn ich mich erschrecke. Und mich dann selber dabei angucken kann. Und andere Leute, die mich dabei angucken kann. Ja. Und, äh... Seid auch gespannt, wenn das Ankündigungsvideo kommt. Das kommt auf jeden Fall zwei Tage vor. Das... Weil in den zwei Tagen sieht das so ziemlich jeder, der es sehen muss. Oder... So ziemlich jeder, ja. Und... Ja. Dann freue ich mich dann auch drauf. Weil wäre schon krass, wenn ich jetzt das Ankündigungsvideo mache. So ungefähr 200 Aufrufe kriege. Oder 300. Und jetzt mal übertrieben gesagt, wenn es alle schaffen würden... 200, 300 Views. Gerade. Also so gleichzeitig. Das wäre so heftig, Mann. Da, da, da... Und dann... Dann sage ich euch, dann kommt was halt. Dann kommt, dann wird der Stream geil. Dann raste ich richtig aus. Dann geht's los. Dann nehme ich alle, die Reams spielen. Dann geht man ein Ream und dann zerstören wir das da drin. Dann... Komplett Apocalypse. Einfach 85 Leute. Alle von uns. Und dann... Alle da rein. Um alles zerstören. Oder man kann auch andere Spiele spielen, weil... Während des Streams... Ich muss ja nicht die ganze Zeit Dream spielen. Ich könnte jetzt auch einfach mal währenddessen vielleicht eine Runde CSGO mit reinpacken. Und vielleicht ein paar Mates oder... Irgendwas was. Keine Ahnung. Guck mal mal. Auf jeden Fall. Wirklich freut mich, wenn ihr gleich seid. Und sofort. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt. Ich. Und... Ich. Tschüssi. Tschüssi.